Hallo und herzlich willkommen, da sind wir wieder. Ich habe jetzt alles wieder vergessen, was wir hinterlässt. Zentrale, wir schwärmen aus, um die Spur aufzunehmen. Roger, aber Sie scheinen sich zurückgezogen zu haben. Das Primärziel ist das Vermitteln. Wie schon gesagt, ich habe so ziemlich alles vergessen, was man so vergessen hätte. Oder was man vergessen kann. Einfach alles. Quatsch, was ich jetzt gesagt habe. Was? Wann tue ich ja nicht? Nein, natürlich. Wir lassen uns mal kurz im Kopf einen Hex zu kaufen. Okay, wir haben irgendwas bekommen. Wir können warten. Bogenupgrade jetzt verfügt. Können wir uns das denn? Hallo? Hallo? Können wir uns das leisten? Was braucht man dazu? Stoff. Die entwickelte Sehne. Hat Brad gekauft. Tada. Okay. Das hatte ich eigentlich jetzt noch nie unbedingt so gut. Was haben wir für die Fähigkeiten? Ach ja, wir haben ja weder den Fähigkeiten. Äh, was haben wir denn? Hier haben wir schon was gekauft. Ausweichkonto. Effizienter Killer. Findet ihr die Durchleitung? Okay. Jäger. Das hatten wir schon gekauft. Pfeile wieder. Genau. Atemkontrolle. Plünderer erhöhte Munition. Ja. Ist auch nicht unbedingt schlecht. Das machen wir gleich. Danke. So, fertig. Tada. Tada. So. So, 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 so. So, so, so. So, wo müssen wir jetzt hin? Was muss ich jetzt? Kann ich hier auch? Wo... Ich sehe das. Ah! Das ist nicht schlimm. Da sind wir einfach geschmolten. So. Wobei! Na! Was? Ist ja nur bei ihm. Wenn ja, wenn da eine Leiche sieht, wird er bestimmt. Alarm schlafen. Weißt du, woher? Sind wir hier hoch? Alle Tiefen und Augen offen halten. Die Einheimischen haben im Wald fallen gelegt. Oh. So. Da ist noch Erinnerung. Hm. Ach, wieso sind die Faschenlampen? So weichläutig. Achtung! Das Uplink ist noch defekt. Es gibt Störungen bei allen Übertragungen. Ja, das ist schön. So. Ich schwelte da schon ganz gerne was dagegen. So. 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 Dann kam der Rückzug von der Anlage. Das war eine organisierte Fete. Sie wollen uns aufteilen. Die Spionage-Crew hat das versaut. Das sind keine Bauern. Ah, das ist Guerilla-Taktik. Die wussten, dass sie das Funksystem angreifen müssen, sobald wir hier waren. Shit. Wir brauchen ein Aufstandsbekämpfungsprotokoll. Das sprengt den Zeitplan. Constantine wird nicht begeistert sein. Ist aber besser, als sich im Dunkeln abknallen zu lassen. Wir haben Feindkontakt! Wir machen uns bereit. Ich war auf dem ersten Flug nach Sibirien, um die alte Soviet Union zu fahren. Und die Schwer-Wertanlage zu schützen. Jetzt kommen jede Minute mehr an. Konstantine hat für die Neuen eine Rede gehalten. Ich habe mir das angesehen. Ich höre ihm gern zu. Wird nie langweilig. Der Glaube war nie was für mich. Das waren immer nur Worte. Das hier ist mehr. Es ist die Wahrheit. Ich war kaputt. Aber Trinity macht uns wieder ganz. Gibt uns ein Ziel. Eine neue Welt wartet. Selbst die, die nicht glauben, werden eine Rolle spielen. Okay. So. Das haben wir natürlich jetzt getan. Was haben wir hier für uns gleich noch? Oh oh. So. Wir haben das Erkundungsteam noch nicht gefunden. Das ist immer noch unser Primärziel. Aufpassen. Ja. Und hier? Hier liegt es aber auch. Ja. Volker. So. Letzten. Werben. C. Warum sollte ich das Werben? Guck hier. So. Ich weiß nicht, ob ich jetzt richtig geschlafen habe. Langsam, langsam, langsam. Ich weiß nicht. Ich glaube nicht. Oder? Nein. Nein. Ich kann mich nicht mehr durch. Feuerzeichen habe ich okay jetzt. Ich bin jetzt auch nicht. Was will ich denn eigentlich auch? Was? Kann es da jetzt irgendwas? Weil ich es bewegen, es anstellen kann. Und das kann ich nicht wegen dem Traum oder irgendwas nicht sein. Ich will hier irgendwo irgendwas. Gut. Oh. Ach, ich. Ha. Durch ein Gift heile und normale heilen. Okay. Ich kann nicht irgendwann... Nee, ich kann da irgendwie... Vielleicht wo wir gehen. Nein. Da ist das, da ist das, da ist das. Das kann ich gerade gut machen. Sodom. Ganz sonst ist hier eigentlich nicht wirklich viel, doch reichlich. Ich habe keine Ahnung. Keine, keine Ahnung. Wo wir jetzt was tun müssen. So. Da liegt nur der noch. Den hatte ich schon am Anfang weggesnackt. Heilig und voll. Weil eben hatte ich ja am Anfang schon zwei weggesnackten. Und wegesnackt, ja. Viele, viele Waren. Ich weiß nicht mehr, wo war denn das mit dem Bär? Also vorderweise nicht mehr oben, 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 oben. Ah, verdammt. Ich bin so lange raus. Das ist damit. Einfach nur damit. Ähm. Ähm. Ich bin so laut. Ich bin so laut. So, ein kleiner Vater auch nur so, so eine Lautstärke. So, so passt. So. Wie soll. Ui. Ich bin so laut. Ich bin so laut. Ich bin so laut. So. So, so, so. Ich bin so laut. 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 Genau. Hier soll ich lange raus. Dann kann ich mal raus. Und dann kann ich mal raus. Verdammt. Er ist noch da. Ja, das ist auch so. Verdammt. Er ist noch da. Aber wo ist er? Ich versiege den Wärme. Kann ich hier vielleicht irgendwie... Wo geht der? Kann ich hier vielleicht irgendwie abhauen? Kann ich nicht einsammeln. Ich muss vorkommen was aber auch. Hier haben wir noch was. So. Zu eng zum Kämpfen. Ich locke ihn raus. Sehr gut. Hier kann ich vorderen. Ach, Pilze. Pilze. Pilze, Pilze. Wie soll ich mir rauslappen? Ich kann hier... Irgendwas geiles dran machen. Hier drüben kann ich noch was einsammeln. So. Na? Framst du das jetzt heim, oder? Na? Nimm's mit. Anni. Hier. Es ist ein bisschen da. Framst du das? Es ist ein bisschen da.